In der Eastern Conference geht es in ein entscheidendes siebtes Spiel um den Einzug ins NBA-Finale. Die Spannung ist so groß wie lange nicht. Spannender geht es nicht, sowohl in der Eastern Conference als auch im Westen gehen beide Conference-Finals in der NBA in das entscheidende siebte Spiel. Die NBA-Playoffs live im TV auf Sport 1 US in der Nacht auf Sonntag gelichen die Golden State Warriors die Serie gegen die Houston Rockets aus, im Osten steht es zwischen Boston und Cleveland ebenfalls 3 zu 3. Ergebnisse und Spielplan der NBA-Playoffs Letztmals gingen 1979 beide Halbfinals in ein Entscheidungsspiel, damals setzten sich die Washington Bullets mit 4 zu 3 gegen die San Antonio Spurs durch die Seattle Supersonics rangen, die Phoenix Suns ebenfalls mit 4 zu 3 nieder. Das Finale war dann eine klare Sache, die Supersonics setzten sich mit einem 4 zu 1 Sieg-Ikrone auf. Alle Highlights aus der NBA gibt es ab sofort wöchentlich in Fastbreak dein NBA Week Pass das einzige NBA Magazin im deutschen Fernsehen wie der Auflage der letzten Jahre. Soweit sind die vier Top-Teams dieser Saison noch nicht. Für sie stehen zunächst die entscheidenden Conference-Finals an, im Finale könnte es übrigens zum vierten Mal in Folge Golden State Warriors gegen Cleveland Cavaliers heißen. 2017 setzten sich die Warriors mit 4 zu 1 durch die RZN zeigt die NBA Playoffs live. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern, die verbliebenen Spiele steigen in der Nacht zu Montag Boston, Cleveland, 2,30 Uhr Live-Scores und Dienstag Houston, Golden State, 3 Uhr Live-Scores. Die NBA Finals beginnen am 31. Mai. 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 Mai.